Moin Moin, ich bin's, euer Flatti. In diesem Video wird es nicht um Rülpsen gehen. Oder vielleicht etwas, je nachdem wie die Rülpser so spontan rauskommen. Aber in diesem Video möchte ich euch demonstrieren, wie viel ich auf einmal essen kann. Und dafür habe ich ein halbes Kilo Drutansalami hier. Und ohne weitere große Worte zu verlieren, weil das Video ja sowieso Überlänge haben wird, wünsche ich euch einfach mal viel Spaß beim Zuschauen. Also das ist ein halbes Kilo Drutansalami. Und ich beginne. Und ich beginne. So, etwas zwischendurch trinken muss auch mal sein. Vielleicht kommen da noch ein paar Rülpser raus. Und was sagt ihr? Schaffe ich die ganze Drutansalami aufzuessen? Das ist ein halbes Kilo Drutansalami. Und ich beginne. Das ist ein halbes Kilo Drutansalami. 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 Das ist ein halbes Kilo Dr서in Kilo Drutansalami. Oh. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Boah, langsam wird es echt schwierig, die Putan-Salami irgendwie runterzukriegen. Also ich selber denke nicht mehr, dass ich die aufschaffe. Oh. 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 Also habe ich davon auch geschafft, also heißt, so ungefähr 350 Gramm habe ich davon bestimmt schon weggefuttert. Und wie gesagt, ich kriege davon jetzt kein bisschen runter, mir ist schon etwas schlecht. Und an dieser Stelle beende ich jetzt das Video. Und vielleicht gibt es das nächste Mal ein Riffsvideo, vielleicht auch nicht, da schauen wir mal. Jetzt kommt die ganze Totasalami wieder hoch. Und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, wartet noch.